Schuldet Ihnen jemand Geld? Und laufen Sie diesem Geld schon ewig hinterher? Dann habe ich heute einen Tipp für Sie. Sie können dieses Geld gleich ganz abschreiben, wenn Sie jetzt im Dezember nichts machen. Das liegt an der Verjährung. Denn was verjährt ist, das braucht der andere nicht zu bezahlen. Ich verrate Ihnen heute, wie das mit der Verjährung ganz genau ist und was Sie dagegen machen können. Ganz ohne Anwalt. Und diesmal brauchen Sie auch kein Rechtsdokument aus unserem Shop bei den Peppa Papers. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Texpro. Ja, wie ist das mit der Verjährung so ganz genau? Welche Verjährung tritt denn jetzt Ende Dezember dieses Jahr ein, wenn Ihnen jemand Geld schuldet? Es gibt ja bei uns im deutschen Recht unglaublich viele Verjährungsfristen. Aber die wichtigste für Sie zu wissen ist die mit den drei Jahren. Das ist die Frist, die auf jeden Fall gilt, wenn Ihnen jemand Geld schuldet. Ja, es gibt längere Fristen bei uns in Deutschland, auch für die Verjährung, aber die drei Jahre. Das ist die kürzeste und deswegen würde ich mich nach der richten. Ich zeige Ihnen auch, wo Sie das im Netz finden. Das steht in unserem bürgerlichen Gesetzbuch, dem BGB. Und da finden Sie das in dem Paragrafen 195, der nennt sich regelmäßige Verjährungsfrist. Und da finden Sie eben hier die drei Jahre. Und das bedeutet im Endeffekt, wenn Sie jetzt hingehen, Ende 2022, dann würde ich mir anschauen, wenn Ihnen jemand Geld schuldet, von wann ist das? Wann war die Rechnung dafür? Wann war der Vertrag? Und wenn das aus dem Jahr 2019 ist, dann ist jetzt allerhöchste Eisenbahn. Denn dann tritt am 31. Dezember 2022 die Verjährung ein. Und das bedeutet eben, dass der andere, der Ihnen das Geld schuldet, es dann nicht mehr bezahlen muss, wenn Sie dieses Jahr nicht noch aktiv werden. Das gilt auch für alles aus dem Jahr 2019. Wenn Sie jetzt wissen wollen, wann fängt denn diese Verjährung genau an, Frau Lederer? Gilt das für Januar bis Dezember 2019 und läuft jetzt Ende 2022 ab? Korrekt. Die Verjährung gilt für das ganze Jahr 2019. Die beginnt immer zum Ende eines Jahres. Und dann rechnen Sie eben 2020, 2021, 2022. Und so kommen Sie jetzt auf die Verjährung. Ich zeige Ihnen auch dafür die Quelle. Und Sie wissen es, ich habe es ja wie immer in der Videobeschreibung verlinkt, die ganzen Quellen aus dem Video. Wenn Sie die in Ruhe nachschauen wollen. Sie sehen hier ein bisschen weiter im Paragrafen 199, nochmal im BGB. Da steht es gleich am Anfang, dass die regelmäßige Verjährungsfrist, eben diese drei Jahre, beginnt mit dem Schluss des Jahres. Hier steht es, in dem der Anspruch entstanden ist. Es ist also egal, wann die Rechnung ist, der Vertrag, Januar, Februar, Juni oder Dezember. Die Verjährung beginnt immer am 31. Dezember des Jahres, in dem Sie die Rechnung gestellt haben oder den Vertrag gemacht haben. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Denn ich habe Ihnen ja versprochen, dass ich Ihnen auch verrate, was Sie tun sollten. Damit eben diese Verjährung nicht passiert und Sie das Geld eben nicht abschreiben müssen. Sie können die Verjährung stoppen. In der Rechtssprache, da nennen wir das die sogenannte Hemmung der Verjährung. Und das bedeutet im Endeffekt, dass Sie eine bestimmte Aktion dieses Jahr noch machen müssen. Und dann läuft die Verjährung nicht weiter. Und die Gegenseite kann sich nicht darauf berufen und muss Ihnen das Geld eben trotzdem bezahlen. Auch hier zeige ich Ihnen nochmal die Quelle im Netz. Das finden Sie auch nochmal ein bisschen weiter hinten, nach wie vor im Bürgerlichen Gesetzbuch. Und das ist der Paragraf 204. Da finden Sie das in der Überschrift auch. Das ist die sogenannte Hemmung der Verjährung. Und zwar durch Rechtsverfolgung. Und genau das will ich Ihnen erklären. Denn wie hemmen Sie denn die Verjährung? Wie kriegen Sie die gestoppt? Reicht es da, demjenigen, der Ihnen das Geld schuldet, eine Mahnung zu schicken? Vielleicht auch eine zweite Mahnung, eine ultimative Mahnung, dass Sie andernfalls klagen? Was hemmt und stoppt die Verjährung so, dass Sie nach wie vor zu Ihrem Geld kommen? Das sind auf jeden Fall nur zwei Dinge. Nämlich die Klage oder der Mahnbescheid. Mahnbescheid, nicht Mahnung. Eine Mahnung stoppt die Verjährung nicht. Nicht, sondern eben, Sie müssen auf jeden Fall zum Gericht gehen. Entweder Sie nehmen sich einen Anwalt und verklagen die Gegenseite. Dann viel Spaß, dass Sie das jetzt noch bis zum Jahresende schaffen. Oder Sie machen die schnellere Lösung. Und das ist der Mahnbescheid. Dieser Mahnbescheid, der ist kein Hexenwerk. Sondern er ist ein bisschen komplizierter als eine Mahnung. Klar, es ist ein Dokument, was Sie beim Gericht einreichen müssen. Aber der Vorteil beim Mahnbescheid ist, Sie können das alleine machen. Sie brauchen dafür keinen Anwalt. Egal, um wie viel Geld es geht. Sie können es selber machen. Und ich verrate Ihnen heute auch, wie das geht. Dieses Video heute, das gibt es im Doppelpack. Denn Sie wissen jetzt genau, was für eine Verjährung Ihnen droht. Und als nächstes zeige ich Ihnen in einem zweiten Video heute, wie Sie genau diesen Mahnbescheid ausfüllen. Wir gehen das zusammen im Video, Schritt für Schritt, Zeile für Zeile durch. Und am Ende bekommen Sie den Mahnbescheid, den Sie beim Gericht einreichen können. Und damit können Sie die Verjährung stoppen. Und dann nächstes Jahr ganz entspannt zu Ihrem Geld kommen. Ja, ich hoffe, Sie schauen sich das zweite Video an, wie Sie genau den Mahnbescheid selber machen. Oder Sie bleiben mit einem Abo auf dem Kanal und schauen sich das in Ruhe an, wenn Sie es später mal brauchen. Wir sehen uns nächste Woche, Montag, Freitag, 18.30 Uhr wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.